Hi, fein! Ja, guck mal, da gibt's hier noch einen erreichbaren Käse. Extra für dich. Ja, komm her, komm. Komm her. Ja, supi, 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 supi. Ja, aber sowas von. Hey, guck mal hier. Ui! Ja, 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 hinten. Komm hinten hoch, komm. Fein! Ja! Oh, wie schön! Da kommst du drauf. Ja, ja, fein! Hey, Agus, supi! Hey, ganz toll! Guck mal, Treppen sind sowas schon leicht. Hey, Treppen sind geil, weil wir schmieren die immer mit Leberwurst ein. Das sind sie besonders ungefährlich. Ganz, ganz toll. Andere haben Glatteis und wir haben Leberwurst. Haha! Ich kann das Wackeln nicht verhindern. Was? Ja, ist doch so. Ne, Agus, möchtest du noch einen Käse? Pass auf. Ein Käse jetzt hier. Weil du das so toll gemacht hast, gibt es jetzt hier einen Käse. So, dann machen wir, pass auf, guck mal, ganz dicht für den langen Hals. Ja, das schaffen wir so. Hey, geil! So, und jetzt so ein Stück tiefer, dafür würde ich eine Höhe kaufen. Na, komm her, komm her, guck mal hier. Ah, lecker! Ja, komm! Agus, ja! Ja, fein! Hey, du kleine Fress auf, ich liebe dich. Ist ja so gut! Guck mal, da gibt es da wieder einen leichten Käse, ne? Man muss ja auch eine leichte Belohnung kriegen, ne? Muss ich nicht alles im Leben nur immer entkämpfen müssen. So, Buchzigarettenüberflüssig habe ich gar nicht gebraucht. Der unten läuft die Treppen. Ja, fein! Guck mal her. Wow! Ha, 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 ha! So, jetzt machen wir es wieder schwerer. Okay, mit Käse oder Wurst? Wie hättest du es denn gerne? Mit Käse? Guck mal, der ist für dich. Ja! Ja, fein! Guck mal her. Wow! Lieber ein Wurst noch dabei? Nein, Agus, guck mal her. Wow! Ja, komm! Komm her, komm! Ja, komm! Ja, komm! Der ist zu weit draußen. Kein Arzt! Zu weit neben dir. Das stimmt überhaupt nicht. Guck hier, ich habe es hier, da wo die Rundung am Ende ist. Ja, super! Ja, komm! Agus! Noch ein leichten, nein? Ja! Jetzt will ich schwärmen. Schatz, wie leid? Schwerer jetzt, ja? Komm her, guck mal her. Ja, 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 ja! Immer besser. Ganz, ganz toll, hör mal. Wir sind bei oben, die Wurst ist alle. Und der Hund läuft jetzt der Hund, ich glaub's ja nicht. So, jetzt wollen wir das jetzt mal weg hier. Ja! Noch ein Käse, ein leichten, ein leichten Käse. Ein leichten Käse. Ja, fein! Hey! Und jetzt eine schwere Wurst? Ja. Und dann gibt's wieder einen leichten Käse, ne? Den griffen wir aus meiner Hand. Guck mal her. Oh, lecker, ne? Mach her. Und, komm her. Eine schwere Wurst jetzt. Oh, die ist schwer. Ja! Hey! Der King of the Stairs. Ja, fein! Guck mal her. Ja! Ja, toll! Aber sowas voll. Und hier. Ja, komm her, komm. Guck mal, das ist ein besonders großes Stück. Guck mal da. Guck mal her. Ja, komm. Ja! Ganz, ganz super machst du das. Ja, das ist ein leichter Käse, ne? So, und jetzt. Ein Käse, ein Wurst, weil wir sind fast oben. Ein Doppelkäse und ein Wurst klebt aneinander. Und, naja. Jep! Boah, großer. Ich krieg mich nicht mehr ein. Guck mal hier. Na ja. Hier, guck mal, jetzt kommt der Kronen. Ja, ich krieg mich nicht mehr ein. Ja, glaub ich's denn. Hurra! Sieger! Jawohl, wir sind oben. Viva, 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 hurra, hurra. Komm, dann kriegst du aber jetzt auch hier noch den Rest. Komm, hier. Gib ihm den Rest. Ja, komm. Dann hab ich noch mehr. Pass auf. Mach mal Sitz. Komm, du kannst das schon. Sitz, Argos. Sitz. Ja, hei. Noch ein paar Käse. Hei. Ja, das ist gar nicht. Was schönes Arten. Hey, und noch Käse. Und jetzt kommt das letzte Stück Brot. Und dann willst du kein Abessen mehr. Jetzt kommt mal hier. Ja, was? Hey. Krümmel bitte auch hier. Ich hab gesaugt. Wir haben fünfeinhalb Minuten jetzt. Meinst du das gut? Ja, runter lass ich ihn jetzt nicht. Nein, um Gottes Willen. Gut, aber hey. Hey, mein Schatz. Komm her. Ja, komm her. Komm her. Wo machst du? Hä? Das war klasse. Du. Das machen wir morgen wieder. Und dann machen wir die Abstimmung immer größer. Und irgendwann rennst du einfach hoch und runter. Komm her, du 7,4 Kilo Teile. So. Jetzt gehen wir runter. Ja? Sag mal, hu, ich hab's geschafft. Ich kann Treppe. Ich kann Treppe, sag. Jawohl. Treppe schmeckt lecker, ne? Ja, ja. Lecker. Wo ist Stuhl hinter dir, Schatz? Ja. Treppe ist lecker. Ja. Ja. Mua.